eine wunderschöne gute morgen heute zeige ich euch mal wie so ein dach aussieht bei mir hier auf dem gelände in rosario ich bin jetzt eben schon soweit zum frühstück zu gehen permiso ziemlich witzig hier ursprünglich eigentlich hier deutsch geschrieben hier dann spanischer kleber drauf gemacht das liegt eben an den deutschen koloniestätten deswegen haben wir viele deutsche produkte auch hier wobei das jetzt natürlich nicht die typische ist nutella gibt es hier natürlich auch ist bloß sauteuer ok hasta luego so noch mal ein anderes objektiv drauf gemacht dass ihr mehr sehen könnt das andere war ein bisschen hier ein bisschen eng sieht man nicht so viel genau jetzt gehen wir zur carpenteria gehen ans arbeiten carpenteria ist die schreinerwerkstatt so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mittagessen ist fertig. Jetzt ist die Siesta, die Mittagspause. Und da können wir mal kurz drüber reden, was hier eigentlich alles los ist. Auf dem Gelände, wo ich gerade bin, ist es wie so eine Art Internat, wo eben Indianer, Jugendliche die Möglichkeit geben wird, weiter Schule zu machen. In ihrer Gegend können sie nur einen Hauptschulabschluss machen, so in der Richtung. Und hier kriegen sie eben auch die Möglichkeit, dass sie dann danach auch studieren können. Und die ganze Arbeit hier finanziert sich eben durch die Schreinerwerkstatt, durch die Arbeiten mit der Akustik. Genau, die Teile, wo wir gesehen haben, mit diesen Zacken, das ist ein Reflektor, der den Schall im Zimmer verteilen soll. Dann gibt es noch andere mit Glasfaser verdeckt, im Stoff verkleidet, in einem Holzrahmen. Das sind dann eher Schallschlucker, die den Schall absorbieren. Und da gibt es eben verschiedene Bauteile, die da in diesem Auftrag mit drin sind. Und genau, dadurch finanziert sich die Arbeit. Und die Jungs können da eben unter sich da leben. Wenn sie das alleine in die Stadt gehen würden, in die Schule gehen, zum Studieren, dann werden die ziemlich schnell untergehen, weil sie keinen Anschluss haben zu den Leuten hier. und würden dann auf der Straße irgendwo landen und Dummheiten machen. Das ist so der Gedanke vor allem. Genau, und zum Mittagessen, habt ihr auch gesehen, gibt es immer eine Andacht. Da muss sie eben dann was hören. Und genau, Mittagessen haben wir immer gemeinsam. Frühstück und Abendessen macht dann jeder für sich. So, ich mache dann jetzt auch mal Siesta. Wir sehen uns dann in der Werkstatt. Wir sehen uns dann in der Werkstatt. Okay, heute war jetzt nachmittags eben noch mal groß. Lackieren. Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit, da die Kühe in der Nachtwahrschaft. Hier, das ist alles lackiert worden. Und das hier und das hier. Genau, und es wird dann morgen alles geschliffen. Ich denke, heute passiert jetzt nimmer viel. Die besprechen da hinten noch irgendwas mit dem Anhänger. Da wollen sie was bauen. Genau, so läutet so langsam der Feierabend hier ein. Ja, das ist alles. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich denke, heute war es immer noch mal. Ja. Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das Asaro war saugut, das Fleisch einfach ein Traum, besser kann ich es besitzen und nicht gegessen. Der Dach ist vorbei, die Sonne ist untergangen, müde bin ich, ich lege mich jetzt ins Bett. Und wenn ihr noch Fragen habt, gebt es eben die Kommentare, da könnt ihr Fragen reinstellen. Und genau, wir sehen uns zum nächsten Mal. Buenas noch, tschüss. Bis zum nächsten Mal.